ja willkommen zurück zu the forest beim zweiten teil oder ersten kontakt haben wir jetzt gerade hinter uns ja wir müssen jetzt eigentlich nur warten bis es tag ist und keine steine gar nichts hier in den laden hier ja müssen wir schauen wie wir es machen ich traue mich jetzt eigentlich nach vorne weil ich weiß ich hätte schon mal vor einigen tagen mal aufgenommen und ihr glaubt das nicht ich bin eigentlich nur verreckt ja mich haben sie gleich erschlagen hochaggressiv die brüder sag ich nur so ein stein fehlt noch aber mir ist es jetzt eigentlich egal wenn ich jetzt ehrlich bin ich gehe jetzt einfach mal in den wald wenn ich mal so ein bisschen stocke ist nicht weil mir die worte fehlen sondern weil ich einfach nur schiss habe dass die brüder nachher hinter mir stehen und ich hoffe die wachsen nach die schönen blumen wenn sich da drin jemand versteckt eben halt pech gehabt dann kriegt kriegt er was vom kopf aber ich hasse dass ich nicht sehe habe ich den fehlenden stadt gut dann machen wir doch mal ein kleines feuerchen hier hier hinten habe ich doch richtig schön sicher hoffe ich ne alle die kommen die haue ich in die tiefe und dann ist gut so ein bisschen gas sparen hier feuerzeug und die batterie von mein pdr mal weg packen gut was ich noch mal gucken möchte ist was habe ich an lieb das ist immer wichtig 118 da komme ich eine ganze strecke mit hin das ist gut weil die muss ich nebenbei immer mitsuchen aber was ich jetzt einfach mal mache Freunde der Sonne ich fälle jetzt einfach mal den Baum hier das ist mir jetzt auch egal ob die jetzt vielleicht kommen vielleicht sitzen die ja da oben drauf weil ich schätze mal die ersten zwei drei schläge halte ich vielleicht aus und dann ist vorbei aber ich nutze die nacht einfach mal vielleicht erschlag ich ja auch ein nebenbei kann man jetzt eigentlich schon von bäumen erschlagen ne ich glaub nicht ne da ist ein stein da ist auch noch ein baum ne was ich definitiv noch brauche ist energie zum kampf und zum weg sprinten deswegen will ich jetzt mal den beiden bäumen erstmal belassen jeder fällt ach fällt mitten auf mein haus na super so haben wir 1 2 und los geht's und es wird auch langsam hell da wo sind die war da jemand eben ne ne eigentlich könnten die ja mithelfen dann bauen wir uns ein idyllisches paradies ne und dann würde ich mit denen sozusagen eine kleine wg machen wenn die daran natürlich interesse daran haben aber das müssen wir mal sehen vielleicht kann ich die ja noch mit meiner axe überzeugen bei meiner kleinen wg mitzumachen aber da schauen wir mal ne so was brauche ich denn noch 89 6 von 89 habe ich das geht denn ja richtig schnell ja jetzt muss ich mal gucken ob ich noch irgendwie irgendein baumhaus nebenbei bauen das möchte ich natürlich auch machen darf ich natürlich nicht alle bäume ich lass glaub mal kann ich den hier ne das ist glaub ich so ein ganz kahler ne mal kurz gucken den hauttest machen ne kann ich fällen also kann ich da was ran bauen das will ich mal eben kurz probieren und zwar so ein kleines baumhäuschen da soll hier der eingang sein ne ne hier geht das nicht ne hier geht das nicht irgendein baum dass ich schon mal die blaupause darin setze dass ich die nicht aus versehen da umhau auch nicht meine herren das sind ja anforderungen hier was ich hier wissen doch gar nicht wie handwerklich ich begabt bin dann machen wir sie mal zu schräg passt das vielleicht ach komm schon ja da geht es auch nicht ok da ne geht es auch nicht ok dann ist es mir jetzt egal eigentlich wenn ich jetzt ehrlich bin dann will ich jetzt meinen job hier weitermachen das ist auch ziemlich hell da vorne jetzt wo ich jetzt gerade bin na gut ich muss was trinken auch energie was gibt denn hier schön energie das gibt high energy eigentlich müssen sie sich auch wundern die eingebunden dass ich hier so ne so super ideen habe mit häuser bauen und sowas wie man sich deren komischen hütten da anschaut ok guck mal ich hab auch keine angst ich renne hier einfach weiter das ist mir sowas von egal das war ein kamikaze vogel echt ok also ich trau den frieden noch nicht so ganz nicht dass ich gleich irgend so einen eingeborenen hier ich glaube wir nennen sie mal wilde ne das sind die wilden hab ich da so einen wilden gehört hab ich da so einen wilden gehört so einen wilden rabauke hab ich da einen wilden rabauken gehört na wo ist er dann es geht es geht Okay. Die bauen ja eigentlich immer gleich ein Totem hin, wenn die mich da irgendwie gesehen haben. Das kommt mir auch so vor, als ob hier endlos lange Nacht ist. Echt Wahnsinn. Ich möchte jetzt mal gerne Tag haben hier. Hm. Gut. Interessieren sich nicht für mich. Die mögen kein helles Fleisch. Wahrscheinlich nicht noch irgendwie nach Parfüm oder sowas nach dem Flugzeug abstürzt. Dann warten die erst mal, bis ich hier ein bisschen Modergeruch anlebe. Fällt der Baum hin? Okay. So einen Modergeruch annehmen. 14. 15. Das ist jetzt richtig geil hell. Das finde ich gut sowas. Das ist so, ja, das ist ne geile. So, wie viel füllen denn jetzt noch? Jetzt füllen noch gute 70 Stück. Ne, Quatsch, 60 Stück. Das wird auch gelacht, wenn ich das nicht schaffe. Nein, ich muss weiter in den Wald. Definitiv weiter in den Wald hinein. Um mehr Fäume zu holen. So, der fällt. Komm, Fall. Fall. Oh, keine Energie mehr. Komm, einmal noch. Ja, sauber. Oh, der fällt nach da hinten. Da muss ich schnell Hand anlegen. Ja, wäre schön, wenn ich das noch schaffen würde. Was allerdings ziemlich schlecht aussieht, dass ich das nicht schaffen werde. Und dass ich das überhaupt schaffen werde. Aber in der ersten Folge schon entdeckt. In der zweiten Folge noch in Ruhe gelassen. Und das ist fein. Und da bin ich gerade mal in Feuer reingelaufen, oder was? Ähm. Gut, ich muss mal nebenbei Steine wieder sammeln. Die sind bestimmt neugierig und sagen, hier hinten. Da gibt es was zu futtern, wenn das Skandibalen sind. Ach. Ich bin auch mal gespannt mit diesen, ähm, Mutanten. Ob das da jetzt schon, ob da jetzt schon welche kommen. Aber wenn ja, was die für Fähigkeiten haben. Also, ob die da jetzt irgendwie, fünf Meter hoch springen können. Einen Salto machen können. Etc. Pipi. Da bin ich wirklich mal gespannt. Das heißt, ich muss jetzt 20 Bäume fällen. Um 80... Ja, 20 Bäume. Ja, ich muss mir einfach was zu essen machen. Das nützt nichts. Ich hab Hunger und... Ähm... Ja. Jetzt gibt's mal ein schönes Wild. Ein Stück Wild. Und dieser, glaub ich, auch hier vorstehen. Weil ich hab das schon mal häufig gehabt, dass ich dann... Mir was Schönes gebrutzelt habe. Und dann ist das... Verkommen. Verkocht. So, komm. Hunger, 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 Hunger... Da, geht. Okay, wunderbar. Sauber. Guck mal, das sieht doch hier geil aus. So. Alle Bäume darf ich jetzt nicht umholzen. Dann fangen wir mal mit denen hier nochmal an. Steine baue ich auch dringend. Hab ich da eigentlich Steine? Oh, ja, paar hab ich. Ich sollte auch mal anfangen, mir so ein bisschen Lagerfläche zu bauen. Also sprich so ein Stickholder und ein Rockholder. Etc. Aber ich muss definitiv auch ein bisschen Vorsicht sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ähm... Ich hab mir hier schon ziemlich viele Aufnahmen zum Anfang versaut, weil ich einfach dann gleich krepiert bin, ne? Man wird immer übermutiger und... Ach, guck mal, hier hinten sind sogar noch Stämme. Und das ist nicht gut. Na gut, aber ich schätze mal so in der zweiten Folge, hab ich bestimmt die Hütte hier fertig. Wenn ich das überlebe, weil ich es kein Problem habe. Kein Problem. Da ist ja noch irgendwo einer, ne. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Hier war noch nie mal die Hälfte. Aber es lichtet sich schon ganz schön. Und das ist auch gut so. Ja. Ja. Doch, ich höre immer was. Sicher sind die auch noch so schnell. Die laufen barfuß hier durch die... Oh, natürlich, geh bitte. Eigentlich muss das so Rainforest heißen. Der Regenwald. Vielleicht sollte ich die ganze Insel einfach nur überdachen. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Ja, ich baue mir mal ein Bett. Ja, ich baue mir jetzt einfach mal so ein kleines Bettchen. Für den Zwischenspeicher. Aber ich habe keinen Bock, dass ich jetzt hier gleich draufgehe und komplett neu beginnen muss. Oder? Na, ach komm. Scheiß drauf. Ich baue den Scheiß da jetzt fertig. Oder? Nee. Ich baue mir ein Bett. Oder? Nein, ich baue mir jetzt wirklich ein Bett. Und damit ich mal speichern kann, weil das finde ich immer wichtig, dass man mal speichern kann. Und dazu brauche ich jetzt den Shelter. Und dann nehme ich den hier, den Temporary Shelter. Gut. Schön an der Klippe, wenn ich hier schlafe, dass ich den auch gleich abschmiere. Definitiv brauche ich noch Sticks. Gut, und da habe ich ja, glaube ich, keine Probleme mit Sticks. Es seien die Eingeborenen, gehen mir hier gleich ein bisschen auf den Sack wieder, dass sie mir wieder hier über die Quere, durch die Quere laufen. Hey, sag mal, vorhin waren hier so zahllos viele Sticks und jetzt ist hier nicht ein Stick. Jetzt sind hier, jetzt finde ich hier nur Steine, okay. Gut. Okay. Na gut, dann muss ich mir eben halt ein paar Sticks generieren hier. So. Das müsste jetzt fertig sein. Yes. Okay, dann gehe ich jetzt mal schlafen. Ne, jetzt gehe ich erst mal speichern. Das wollte ich ja machen. So, schön gespeichert den Spielstand, weil, ich wollte speichern, weil nämlich die Folge jetzt vorbei ist. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge oder in den nächsten zwei Folgen, schätze ich mal, seht ihr mal, wie ich hier mein schönes Häuschen hier fertig baue. Wir haben ja schon einiges geschafft. Uns fehlen jetzt noch ein paar, ähm, also wir haben ja noch nicht die Hälfte, aber gut, in zwei Folgen müssen wir es eigentlich hingekriegt haben, dass wir hier, ähm, uns hier lassen können. Kann man hier nämlich so einen schönen Zaun noch rumbauen und das ganze Gebiet hier mit einem schönen Eingang. Und von hinten dürfte rein theoretisch nichts kommen. Hier ist unser Reserve Schlafplatz. Und, ja, da bin ich mal gespannt. Ja, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge mit dabei und könnt mal schauen, ob ich hier überleben werde oder nicht. Das sagt euch gleich das Licht. Bis dahin, euer Cloni. Bye, bye.